Musik Glück auf Schatz aus dem Schacht und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel Ja Leute, ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, wie ihr bestimmt schon eine Überschrift lesen könnt und wie ihr natürlich auch bestimmt alle durch Facebook schon gesehen oder gelesen habt Black Ops 3 kommt für die Playstation 3 und für die Xbox 360 Was soll man dazu sagen? Bevor jetzt gleich wieder die ganzen Leute irgendwie meinen, ja, irgendeinen Scheißkommentar zu schreiben oder das Video zu disliken, ohne wirklich zu wissen, um was es geht hört mir erstmal kurz zu, was ich zu dem Thema sagen will Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, dass ich mich ein bisschen zurückhalte beziehungsweise gar kein Video großartig machen wollte über Black Ops 3 Aber einfach diese Information irgendwie, die hat mir jetzt so den Anhalt gegeben dass ich jetzt irgendwas sagen muss, also irgendwie ein Video machen muss wo ich so meine Meinung mal los werde Und zwar, natürlich ist es für den einen oder anderen auf jeden Fall geil dass das für die Playstation 3 und die Xbox 360 kommt, das Game Verstehe ich auch vollkommen Weil man sich halt die Next Channel nicht gekauft hat oder nicht leisten konnte oder wie auch immer Ich muss trotzdem sagen, dass ich das einfach zum Kotzen finde Also, ich persönlich war über diese Nachricht mehr oder weniger total enttäuscht Weil für mich ist das wieder einfach nur scheiße Man hat es ja gesehen bei Ghost, man hat es gesehen bei AW Dass es einfach nicht gut tut, wenn man das weiterhin auf vier Konsolen entwickelt Vor allen Dingen, weil man halt die Community splittet Das ist ja so für mich der größte Knackpunkt überhaupt Dass die Leute, die Anzahl der Spieler ist ja sowieso zurückgegangen Dass die Leute auf vier verschiedene Konsolen spielen Das ist einfach, ich weiß ja, das ist total zum Kotzen irgendwie Weil je mehr sich die Leute aufteilen auf verschiedenen Konsolen Desto schlechtere Verbindungen hat man, desto weniger Lobbys hat man Und das größere Problem, was ich daran sehe, wenn du mit Freunden zocken willst Der eine zockt hier, der andere zockt da Und da kommt für mich irgendwie das Spiel viele nicht mehr auf Viele sagen ja auch zum Beispiel in anderen YouTube-Videos und so weiter Oder auf Facebook Sie wünschen sich so die Zockerzeit von früher zurück Oder früher war das Zocken besser Lag halt auch einfach daran, dass die ganze Community Auf mehr oder weniger nur zwei Konsolen gezockt hat Und ja, ich vermisse das halt auch ein bisschen Ich habe echt gehofft, dass Black Ops 3 Wirklich nur für die Next-Gen und für den PC kommen Aber ist halt leider nicht so Der andere Punkt, der mich halt unheimlich stört Es wird zwar überall gesagt, auch von diesen COD-Manager und so weiter Dass das Spiel hauptsächlich für die Next-Gen entwickelt wird Und das übernimmt dann halt ein anderes Team für die Playstation 3 Kann mir aber kein Mensch erzählen, ich komme selber aus der Informatik-Schiene Und ich weiß, dass einfach, wenn man das wirklich für so breite Masse, also für vier Konsolen Die eine komplett andere Architektur hat Kann man das niemals optimal, was möglich wäre Entwickeln auf der Next-Gen Weil man halt immer Rücksicht nehmen muss auf die Playstation 3 Weil das ansonsten nicht funktionieren würde Dasselbe Beispiel Wäre zum Beispiel beim PC Warum ist die PC-Version nicht so grafikmäßig der übelste Kracher, was eigentlich möglich wäre Genau, weil immer auf die Konsolen Rücksicht genommen wird Also es wird auf den Konsolen entwickelt Oder hauptsächlich für die Konsolen Und dann halt implementiert würde Zungenbrecher vor so wenig Und das gleiche ist dann halt auch einfach, wenn man das auf die Playstation 3 Und das finde ich halt einfach irgendwo traurig Weil man hat jetzt in den letzten Tagen Oder beziehungsweise in den letzten Wochen schon gesehen Dass viele Leute überhaupt nicht mehr Gerne COD zocken Weil sie erstens nicht wissen, was Auf welcher Konsole Es macht halt keinen Spaß mehr Und so weiter und so fort Und das fängt eigentlich meiner Meinung nach schon bei dem Punkt an Dass halt wirklich alle komplett verstreut sind Natürlich habt ihr auch recht, wenn ihr jetzt sagen würdet Hey, es ist einfach, dass zukunftsmäßig ist Hätten wir irgendwie was Älteres kommen müssen Gebe ich euch vollkommen recht Hätte ich auch gern gezockt Aber das ist, finde ich, nicht der Hauptgrund Oftmals wird ja auch gesagt Hey, es gibt nichts Neues und so weiter Ich meine, wenn ich aus dem zweiten Weltkrieg irgendwie ein Game mache Was soll ich da Neues noch bringen? Es gibt dann einfach nichts Neues Also muss ich in die Zukunft gehen Dass ich irgendwelche neuen Sachen einbauen kann und so weiter Das ist aber ein Thema, finde ich Was man vielleicht danach betrachten sollte Ich bin es auf jeden Fall schade Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare Also ich bin echt gespannt Ob vielleicht doch noch der ein oder andere genauso denkt Obwohl er sich vielleicht für die alten Konsolen noch das Spiel kaufen wird Was ich natürlich auch total bekloppt finde Wenn man sich für die alten Konsolen das Game noch kauft Zahlt man wahrscheinlich auch 60 Euro oder so Und hat einige Spielteile nicht dabei Die sie einfach rausgenommen haben Weil es halt die alte Konsole nicht mehr schafft und so weiter Also für mich einfach nur total bekloppt Ich denke, es ging wieder mehr um die Kohle als um alles andere Und ich hoffe, dass irgendwann COD, also Activision Den Sprung schafft, das noch rechtzeitig irgendwie um die Kurve zu kommen Bevor es wirklich mal einen richtigen Knacks gibt Und dann, ja, die COD-Szene, ja, ausstirbt Na, aussterben will ich es vielleicht nicht nennen Aber ihr wisst, was ich meine Wie gesagt, eure Meinung einfach mal unten in die Kommentare Das war es auch eigentlich schon wieder Ich bin froh, dass ich einfach mal meine Meinung losgeworden bin Ich hoffe, es hat euch gefallen Auf jeden Fall den Daumen nach oben Und ansonsten würde ich sagen, Leute, bleibt geschmeidig Lockerflockig von der Hüfte Bis zum nächsten Video Euer Black Imus